Es entspricht dem Stand der Technik. Das ist nicht nur eine Redewendung, das ist auch rechtlich relevant. In dieser Ausgabe von 3 Minuten Umweltrecht wollen wir Ihnen erklären, was es mit dem Stand der Technik denn so auf sich hat. Grüß Gott, mein Name ist Peter Sander. Ich bin Rechtsanwalt bei Niederhofer und Partner Rechtsanwälte mit Standorten in Salzburg und in Wien. Stand der Technik. Das steht schon in der Gewerbeordnung drin. Eine Betriebsanlage muss einfach dem Stand der Technik entsprechen. Mittlerweile haben wir zumindest für sogenannte IPPC-Anlagen europaweit auch eine entsprechende Harmonisierung durch die Industrie-Emissions-Richtlinie. Diese europaweite Harmonisierung hat dazu geführt, dass es beste verfügbare Techniken gibt, die auch verschriftlicht sind. Und von diesen besten verfügbaren Techniken gibt es auch so kleine Zusammenfassungen. Beste verfügbare Techniken, Schlussfolgerungen, BVT-Schlussfolgerungen. Wenn diese Schlussfolgerungen veröffentlicht werden, üblicherweise im Amtsplatz der Europäischen Union, dann besteht Handlungsbedarf für Anlagenbetreiber. Innerhalb von einem Jahr ab Veröffentlichung muss nämlich dieser Anlagenbetreiber der Behörde mitteilen, ob seiner Meinung nach ein Änderungsanpassungsbedarf gegeben ist oder nicht. Innerhalb von drei weiteren Jahren muss dann die Behörde gemeinsam mit dem Anlagenbetreiber so weit kommen, dass ein entsprechender Anpassungsbedarf auch bescheidmäßig oder in irgendeiner anderen Form genehmigt wird. Was muss ich daher tun? Nun, ich muss erstens beobachten, ob BVT-Schlussfolgerungen veröffentlicht werden, wenn ich eine solche Anlage betreibe. Ich muss zweitens reagieren, wenn solche BVT-Schlussfolgerungen veröffentlicht werden. Und drittens, ich muss in Betracht ziehen, dass drei Jahre grundsätzlich kurz sein können. Wenn zum Beispiel ein betroffener Nachbar ein Rechtsmittel einlegt, wenn sich ein Verwaltungsgericht oder vielleicht sogar der Verwaltungsgerichtshof mit meiner Anlagenänderung zu befassen hat, dann sind diese drei Jahre unter Umständen wirklich kurz.